Hallo meine lieben Freunde, heute stelle ich euch den Engel der Erneuerung vor. Was bedeutet das? Erneuerung? Nun, der Engel der Erneuerung bringt uns ins Gleichgewicht und heilt unsere Seele. Er stärkt unser Selbstvertrauen, gibt uns Wachstum und Harmonie. Durch Erneuerung werden wir mit der Natur verbunden, sodass wir erkennen, dass Wachstum die Natur beherrscht. Dort finden wir die Quelle der Kraft und das ist der Weg, der uns weiterbringt. Lasst los von all dem Negativen und freut euch auf das Neue, das Positive. Angst? Angst müssen wir von nichts auf der Welt haben. Wenn wir Veränderungen in unserem Leben annehmen, bedeutet das Erneuerung. Höre die Botschaft vom Engel der Erneuerung. Schöpfe aus deiner Ruhe neue Kraft. Halte inne und mache einmal eine Pause. Hier die Anrufung zum Engel der Erneuerung. Bitte, gib mir Kraft und Energie für das Neue in meinem Leben. Dafür danke ich dir. Amen. In diesem Sinne habt eine gute Woche mit neuer Kraft und Energie. Eure Derea 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 Derea